Da ist so ein Dings drin, wenn der sich jetzt aus dem Radius entfällt, dann kommt der automatisch Ja, auch wenn der Akku zu leer wird, dann ist auch vorbei. Wo jetzt, wenn ich mich selber filmen will, Moment mal, ich muss ja nach rechts. Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Irgendwann ist Schluss. Also so empfinde ich ihr sie nicht? Nö, also 36 kmh kann sie fliegen und das ist auch dann die Windstärke. Guck mal. Aber wenn es dann so böig ist und schlägt, dann geht die schon mal. Aber auch wenn die jetzt wackelt oder so. So was hier. Ist trotzdem das Bild stabil, weil die hat vorne die Kamera selber, die ist nochmal aufgehängt. Ach so. Die dreht sich auch nochmal dagegen. Ja. Und da braucht man jetzt auch einen Schein oder braucht man nicht? Die ist jetzt wirklich ohne Schein. Da habe ich mal im Fernsehen gesehen, dass man irgendwie, ne, so ein Kilo oder was weiß ich, Gewicht, ne? Ja, die hat 250 Gramm, daher ist sie jetzt eigentlich, äh... Deswegen habe ich mir die auch geholt. Auf YouTube kann ich es dann veröffentlichen? Fragezeichen? Was wir jetzt hier gerade machen? Ja, ja. Guck ich auch gerne. Und bin euch dankbar, wenn ich mal versehe, wenn der Meter schon von oben zu sehen ist. Fragezeichen. So. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018